Ah, weiter geht's mit der Sao. Kommt zurück. Ja, mir wurde nahegelegt, ich solle doch erst die neue Göttin Stardor-Quest machen in den Riemann-Hügel. Die bräuchte ich wohl, um hier voranzukommen. Ok, dann, wo war das noch? Garte, da war doch hier. Hier natürlich nicht. Hier. Da. Machen wir hier doch schnell, bevor wir dann in dem neuen Gebiet weiterziehen. Natürlich vielen Dank dafür, ich weiß sowas natürlich nicht. Ich meine, irgendwann hätte ich die Quetschung gemacht, aber... Frage ist wann. Ach komm, du hast gerade schon so lange zum Laden gebraucht. Ist ja gleich davon. Oh Gott, 74, ey. Die umhauen dann wieder so lame. Ah, das bestimmt wieder da oben, ne? Ah, waren wir ja schon mal. Ah, komm schon. Ah, schaft. So. Aha, na, wieder tonlos. So. 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 Der Chaosdetektor, das braucht man wahrscheinlich. Mit dieser Kraft können wir durch den Schleier blicken. Yeah. Bring Chaos-Samen, die du findest, so Göttinnen-Statue. Das können wir tun. Was für den immer so alles lustig klingt, ne? Unsichtbare Ernte. Ah, was soll das, wie ein neuer Spielmodus. Nicht mal Ordnung erhalten. Vielleicht kriege ich da eigentlich mal meine Elemente alle zusammen. Okay. Oh Mann. Ich habe gedacht, dass ich jetzt noch was neues lernen muss. In Multiplayer-Sitzungen gibt es schon mal keine. Das ist schon mal gut. Schwierig auch so häufig. Okay, haben wir den Skill schon hier drin? Da funktioniert er jetzt automatisch. Da bin ich der Gegenstand der Meinen hier. Kann er ja nicht sein. Ich denke mal, der funktioniert jetzt von alleine, oder? Hoffe ich. Ja, wir müssen jetzt wieder erstmal zurück. Ja, wir müssen jetzt wieder erstmal zurück. Ja, das haben wir jetzt erledigt. Jetzt könnten wir vielleicht weiterkommen. Wie man den Skill benutzt, werde ich schon rauskriegen. So, erstmal. Natürlich, was ich finde hier ist ein Ast. Oh, Mammut. Oder ein Warzenschwein-Mammut. Okay. Die sind ja alle so niedrig hier. Wo ist denn hier die blaue Kiste? Hm. Warte, wenn da nur eine Ebene da drüber ist. Okay. Ja, könnte oben drüber sein. Oh ja. Guck mal. Ob er gleich die Königin erwischt. Au. Komm mal ein bisschen hier ran, du Nasen-Königin. Komm mal ein bisschen hier ran, du Nasen-Königin. Also, nicht geklärt. Erledigt. Nein, noch nicht erledigt. Da sind noch welche. Da sind noch welche. Ich muss jetzt nicht bloß abbauen hier. Oh, Reynard Level 100 erreicht. Ja, ist schön. Freut mich. Jetzt ist fertig. Aggressive Natur. Oh, 3450 EP. Das ist gar nicht so schlecht. 20 Stahlglanz jetzt. Nee, geil, gehen wir jetzt mal nach vorne. Wenn man mir sagen kann, da geht es nachher nicht weiter und wir müssen woanders ran. Was haben wir denn hier? Was zur Hölle? Grimming aus fernen grünen Landen, der seine Klinge in Fang aus Eisen verbirgt. Aha. Dich, nein. Wer macroeben sehen muss. Oh. Wer ablegen kann. Ich kann es nicht sehen. Ja, ich kann es sehen. Okay, wir gehen zusammen. Tia-chan ist ein Wunder mit den Spielern, oder? Für mich ist ein Wunder. Ich glaube, ich glaube, es ist ein kleines Schmutz-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss. Ich glaube, es ist ein Schmutz-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss. Ich glaube, es ist ein Schmutz-Boss-Boss-Boss. Ich bin verfräum. Ich glaube, dass es nicht so schlecht ist, dass ich es nicht so schlecht war. Ist es okay? Ja. Premier, hast du noch etwas zu fühlen? Ich habe mich noch nicht verletzt, was ich? Ich habe mich wieder geholfen, und ich habe mich geholfen. Ich weiß nicht, was ich? Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich nicht geholfen. Aber ich habe mich nicht geholfen. Ich denke, dass die Gedanken von jemandem sein wird. Werden Sie? Was ist passiert? Ich möchte die Wahrheit wissen, was ich schnell weiß. Das ist die Zeit! Ich habe mich gesehen, dass ich die Reise der Reise verletzt habe. Ich werde die Abstands-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich-Bereich! Wir müssen uns aber beeilen. Aber, Zielpunkt wohin, da haben wir, das nächste Gebiet. Aber vorher, gucken wir mal, ob ich noch irgendwas hier finde. Ein paar Mammuts. Hier die Kisten habe ich, die sind da oben. Da oben steht die Kiste, da oben steht die Kiste. Da oben, da. Huff, ich muss rausgehen wie man da hochkommt. Da oben steht die Kiste zu mir runter, da muss ich nicht zu dir rauf. Den Tanz habe ich zweimal, der Tempomeister. Da ist der zusätzliche Sprung. Da oben steht die Kiste. Die Kisten hier irgendwo zu erreichen sind. Ja natürlich nicht. Die eine Kiste ist wieder da oben. Was machst du da? Warte, wenn du da unten ein Vieh bist, musst du da nicht hinspringen. Blöder. Wollte schon wieder blöder A-Wort sagen. Boah, das ist zitter. Alle guten Dinge sind 36 oder so. Hupst, da haben wir den Fall schon genug. Ohhhh. Ich bin doch schon drauf. Geh weg. Geh weg. Anders jetzt. Hier habe ich den Fall hingegangen. Geh weg. Das geht doch. Warum nicht gleich so? Naja, ich weiß, dass hier nur Goldstücke drin sind. Geh weg. Geh weg 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 weg. Geh weg 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 Wollen wir da auch noch mitmachen. So. Wieso sind wir denn, da haben wir noch nicht 6. Ärgerlich. Der Lebensschnitter. Oh, das ist ganz gut. Oder der ist ja nicht mein Waffentyp. Da haben wir hier eine riesige Schneeflocke oder... Ja. Huh. Ich kann mal ausgewählen, ob wir den Schiff nicht mehr haben. Ich kann da nicht mehr raus. Da kam ich nicht mehr raus. Oh, das ist mein Wuofe. Wo ist meine Leistung? komm her, der Lisbeth raus holen hier oh, ja gut, die haben es von alleine fertig genug ja, da kann ich aber lieber weg jetzt der Verteidiger, oh, die haben Zweihänder Zweihänder könnte ich mal wechseln das kann ich nicht mehr machen nochmal wieder aufs Katana, da muss ich erstmal gucken, ob ich noch so eine Bank hab jetzt muss ich mir auch noch eine legendäre Waffe herstellen für war echt schmerzhaft, also kam auf einmal nicht mehr raus na gut, passiert ah, ich teile zwar gut aus, aber einstecken ist echt übel so, war auch noch unten krass 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 relativ nah dran da ganz ja nein, das war noch nicht das richtige verdammt da oben muss ich hin ja, mein dann ist das netze Gebiet da muss ich mir auch recht sein das Eis von denen ist echt fies, da muss ich mal nichts sagen da reinkommen da reinkommen da kommt man da hoch, da muss immer so eine kleine Stelle sein da huhpala ach ja, natürlich, der super gegärte Pflanzenast kann man aber auch nie genug haben Schauen wir mal, ob ihr Tier ist. Ich meine, sind sie ja alle hin da ran. Na komm schon. Muss ich mir echt eine Pro kaufen langsam. Das ist die Ladezeit.